9.997, 9.998, 9.999, 10.000. Ja, geschafft. 10.000 Schritte. Reicht das jetzt? Ich mache sicherheitshalber nochmal 10.000. Eins, zwei. Hallo und willkommen zu Primal Lifestyle. Ich bin Ovi, dein Primal Coach. Es geht also um die natürlichste Sache der Welt, das Gehen. In diesem Video verrate ich dir 5 steinzettliche Gründe, warum du mehr gehen solltest. Und am Schluss zeige ich dir eine bessere Alternative zu den 10.000 Schritten. Vor allem, wenn du ein Büromensch bist oder du dich allgemein zu wenig bewegst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn jetzt bekommst du pure Motivation fürs Gehen. Warum sind es eigentlich steinzettliche Gründe? Naja, so wenig Bewegung wie wir heutzutage haben, war früher in der Steinzeit undenkbar. Der frühe Homo sapiens ging oft über 20 Kilometer am Tag und das einfach nur, um Nahrung zu suchen oder Herdentiere zu verfolgen. Das sind übrigens 30.000 Schritte am Tag. Aber wir hingegen heutzutage fahren oft aus Bequemlichkeitsgründen oder aus Zeitmangel mit dem Auto überall hin. Wir sitzen oft den halben Tag und lassen uns gerne mal eine Pizza nach Hause bestellen. Und dazu überschätzen wir auch unseren Aktivitätslevel pro Tag. Das heißt, dass wir der Meinung sind, dass wir schnell mal uns eine Kalorienbombe verdient haben, nachdem wir 20 Minuten körperlich tätig waren. Dieses Video sollte dich nicht belehren, sondern es sollte dich motivieren. Du brauchst keine 30.000 Schritte am Tag zu gehen, um fit und gesund leben zu können. Wie viel das eigentlich genau sein sollte, was es mit den 10.000 Schritten auf sich hat, was es hier für eine bessere Alternative dazu gibt, das verrate ich dir am Schluss des Videos, wie gesagt. Aber jetzt kommen wir mal zu den 5 Gründen. Nummer 1. Du erhöhst deinen Kalorienverbrauch und kannst damit abnehmen. Ich blende dir jetzt gleich mal eine Tabelle ein, damit du siehst, wie viele Kalorien du bei welcher Geschwindigkeit verbrennst. Das Ganze ist natürlich auch abhängig von deinem Gewicht. Hast du mehr? Hast du hier mehr Schwungmasse? Zu bewegen und somit verbrennst du natürlich mehr. Machen wir gleich mal ein Beispiel. Nehmen wir an, du hast ungefähr 75 Kilo und gehst eine halbe Stunde spazieren. Das wären ungefähr 100 Kalorien, was du an diesem Tag zusätzlich verbrennst. Du denkst dir vielleicht, das ist gar nicht so viel, das zahlt sich hier gar nicht aus. Diese halbe Stunde kannst du auch irgendwo auf der Couch herumlungern. Bei 7.000 Kalorien, die du verbrennen musst, um ein Kilo fettlos zu werden, brauchst du hier zweieinhalb Monate. Okay, auch jetzt denkst du dir wahrscheinlich zweieinhalb Monate für nur ein Kilo. Das zahlt sich hier gar nicht aus. Aber wenn du generell deinen Aktivitätslevel hier ein bisschen erhöhst, wenn du mehr Schritte machst, wenn du dich auch in der Arbeit hier ein bisschen mehr bewegst und wir das Ganze hier einfach mal verdoppeln, dann hast du hier in fünf Wochen ein ganzes Kilo Fett weg. Und das musst du mal aufs Jahr aufrechnen. Das sind hier mal ungefähr zehn Kilo, die du hier entweder verbrennst, einfach nur durch ein bisschen mehr Gehen oder die du vielleicht zu dir nimmst. Es geht aber nicht nur um den Kalorienverbrauch beim Gehen, sondern auch darum, dass wenn du regelmäßig gehst, du deinen Stoffwechsel ankurbelst und du somit auch in Ruhephasen mehr Kalorien verbrennst. Zusätzlich trainiert das Gehen, vor allem wenn das etwas zügig ist und du hier schon im aeroben Ausdauerbereich bist, deine Fettverbrennung. Nummer zwei. Du förderst damit deine Gesundheit und erhöhst deine Lebenserwartung. Es gibt hier so viele verschiedene gesundheitliche Vorteile, die du hast, wenn du regelmäßig gehst, wenn du einfach mehr gehst. Ich zähle dir hier einige auf. Das Gehen senkt den Blutdruck. Es baut überschüssigen Zucker ab. Es verbrennt Fett, wie ich vorher gesagt habe. Du förderst damit deine Durchblutung, die Sauerstoffaufnahme und das trainiert somit das Herz-Kreislauf-System. Das Gehen erhöht auch die Darmaktivität. Das heißt, wenn du an Verstopfungen leidest oder generell immer wieder was mit dem Darm hast, dann wäre es auch hier sinnvoll, einfach dich mehr zu bewegen. Es fördert aber auch den Abtransport von Stoffwechselendprodukten über das Lymphsystem. Während das Blut sich über die Herzaktivität bewegt, also über das Pumpen, bewegen sich Lymphflüssigkeiten unter anderem über Muskelbewegungen. Das heißt, dass wenn du einen Bewegungsmangel hast, du schnell mal zu Wassereinlagerungen neigst. Und ganz wichtig, das Gehen verbessert auch deine Immunabwehr. Einerseits auch über das Lymphsystem, denn hier werden auch weiße Blutkörperchen transportiert. Und andererseits, wenn du draußen beim Gehen dich auch kühleren Temperaturen aussetzt, härtest du dich natürlich ab und dein Körper reagiert nicht mehr so empfindlich, wenn du mal eine Prise Zugluft irgendwo erwischst. Und so kann regelmäßiges Gehen, vor allem wenn es etwas zügig stattfindet, tatsächlich lebensverlängernd wirken. Boah, jetzt habe ich so richtig Lust spazieren zu gehen. Wir machen gleich weiter mit Nummer 3. Davor, ich drehe eine Runde, ich gehe ein bisschen spazieren. Du kannst die Zeit dabei nutzen, für ein Abo dazulassen. Wir sehen uns gleich. So, jetzt bin ich wieder da. Weiter geht es mit Punkt Nummer 3. Mit dem regelmäßigen Gehen förderst du deine Mobilität. Beim Gehen hast du um die 700 Muskeln und 100 Gelenke aktiviert. Was heißt, dass du hier so ziemlich deinen ganzen Körper in Bewegung setzt. Das heißt aber nicht, dass das Gehen ein klassisches Krafttraining ersetzt, vor allem auch kein Beintraining. Aber, weil du hier so viele Muskeln dabei hast, förderst du sehr gut die Durchblutung. Das baut Verspannungen ab. Wenn du hier länger gehst, kann es sein, dass du zum Beispiel deine Rückenschmerzen los wirst. Genauso trainierst du aber auch deine Koordination, also das Zusammenspiel dieser 700 Muskeln miteinander. Was allgemein dein Verletzungsrisiko und im Speziellen dein Sturzrisiko deutlich minimieren kann. Und das wird mit steigendem Alter immer wichtiger. Im hohen Alter gibt es dann noch ein Problem. Und zwar, wenn du wenig gehst, wenn du dich wenig bewegst, dann versteift und verkürzt deine Muskulatur allmählich. Und das Gehen fällt dir dann immer schwerer. Aber du wirst instabiler, du hast gewisse Verspannungen, gewisse Schmerzen, einfach nur aufgrund dieser Verkürzungen. Und dann kann es wirklich sein, dass du beim Gehen Hüftschmerzen hast, Knieschmerzen, Rückenschmerzen. Und dann kommst du in so einen blöden Teufelskreis hinein, wo du dich immer weniger bewegen möchtest, weil dir ja alles wehtut. Du aber durch diese geringe Bewegung, die du hast, wieder mehr verspannst, mehr versteifst und so weiter. Das kann dir natürlich aber auch im mittleren Alter leicht passieren, wenn du irgendwo gewisse Fehlstellungen hast, wie zum Beispiel ein starkes Hohlkreuz. Wenn du aufgrund dessen nicht mehr viel gehen kannst, weil du beim Gehen immer mehr Rückenschmerzen hast, dann solltest du wirklich hier gezielt daran arbeiten. Du solltest dir dieses Hohlkreuz raustrainieren, du solltest zum Physiotherapeuten gehen, du solltest dir auf jeden Fall etwas machen, weil besser wird es nicht. Es führt dazu, dass du dich immer weniger bewegst, dass du weniger gehen kannst. Und wie wir vorher gesagt haben, im hohen Alter wird das Ganze nochmal um einiges beschleunigt. Nummer 4. Gehen baut Stress ab. Das funktioniert wirklich. Anstatt zu versuchen, deinen Stress passiv auf der Couch irgendwie loszuwerden, solltest du spazieren gehen. Wenn du mal einen stressigen Tag hast, du nach Hause kommst, nicht gleich vor deinem Fernseher, sondern einfach mal eine Runde gehen, irgendwo durch den Park, durch den Wald. Beim Gehen baust du deine Stresshormone, Cortisol, Adrenalin aktiv ab. Wenn du es mir nicht glaubst, dann probier es bitte einfach mal aus. Wenn du gerade sehr viel Stress hast, vor allem diesen negativen Stress hast, diesen Distress, wenn du dich gehetzt fühlst, wenn du dich sehr stark unter Druck gesetzt fühlst, dann geh mal raus. Geh in die Natur und geh spazieren. Du kannst auch ruhig ein bisschen zügiger gehen, vor allem wenn hier der Puls ein bisschen höher ist, also nicht übertreiben, aber einfach nur, wenn du ein bisschen verschnaufst, da bauen sich deine Stresshormone ab. Und Nummer fünf, genprogrammiert dein Gehirn wieder auf natürliche Reize zu reagieren. Vor allem wenn du, so wie ich hier, im Wald spazieren gehst. Durch die ständigen Überstimulationen, die wir haben, weil wir ständig von Nachrichten bombardiert werden, weil wir immer aufs Handy schauen müssen, weil wir uns Filme anschauen, Serien, weil wir Fastfood essen, weil wir sehr viel Zucker zu uns nehmen, das alles sind Überstimuli, für die unser Gehirn evolutionsbedingt nicht so ausgerichtet ist. Hier wird im Gehirn zu viel von dem Glückshormon Dopamin ausgeschüttet, was dazu führt, dass die einfachen Dinge des Lebens, die dir etwas weniger Glücksgefühle geben, dir einfach nicht mehr so viel Spaß machen. Wenn du zum Beispiel produktiv arbeiten möchtest, ich will da gar nicht zu viel drüber reden, ich habe hier ein eigenes Video mal gedreht über Dopamin, sieh es dir an. Wenn du der Meinung bist, dass du etwas überreizt bist, weil du ständig aufs Handy schaust, weil du immer die neuesten TikTok-Videos verfolgen möchtest, dann wäre Spazierengehen in der Natur genau das Richtige für dich, um dich mal runterzuholen, um dein Gehirn mal wieder ein bisschen auf natürliche Reize zu programmieren, auch um einfach mal weg vom Handy, weg vom Bildschirm zu kommen. Okay, soweit zu den fünf Gründen. Wie sieht es nun aus? Hast du etwas Lust bekommen, spazieren zu gehen? Ich hoffe doch. Warte aber noch kurz. Davor musst du wissen, was ist das Minimum? Wie viel solltest du mindestens gehen, damit sich hier die meisten dieser Vorteile bei dir einstellen können? Experten gehen davon aus, dass das Ziel von 10.000 Schritten am Tag etwas zu hoch angesetzt wurde. Eigentlich wurde es nicht wirklich von der Forschung ins Leben gerufen, sondern von einer japanischen Werbung. Die haben, in Japan ist ein Schrittzähler rausgekommen und da hat es diesen Leitsatz gegeben, 10.000 Schritte. Ja, und so hat sich das weltweit etabliert. Obwohl die WHO jetzt sagt, dass so viel eigentlich gar nicht nötig ist. Es reichen 7.500 Schritte am Tag. Das ist aber für die meisten Deutschen immer noch zu viel, denn laut Statistik gehen sie durchschnittlich 5.000 Schritte am Tag. Und das ist eindeutig zu wenig. Aber dieses Problem kannst du ganz leicht lösen, denn wenn du eine halbe Stunde am Tag spazieren gehst, dann hast du hier zusätzliche 2.500 bis 3.000 Schritte und somit hast du deine 7.500. So, aber was gibt es nun für eine bessere Alternative zu dem Schrittezählen? Das Schrittezählen ist nicht wirklich flexibel. Du versuchst hier jeden Tag deine 7.500 Schritte zu gehen, du schaust immer auf deinen Schrittzähler und so weiter. Besser wäre es hier, du hast ein Bewegungspensum, das du versuchst in der Woche zu erreichen. Und das sieht so aus. Im Fohlen werden hier mindestens 150 Minuten zügiges Gehen in der Woche. Und da sind wir wieder beim bewussten Gehen, also beim Spazierengehen. Hier kannst du dir das flexibel einteilen. Du kannst hier an zwei Tagen mal mehr gehen. Natürlich wäre es gut, du bewegst dich hier jeden Tag etwas. Das ist eh klar, aber das geht leider bei vielen von uns nicht so einfach. Bevor du hier auf Biegen und Brechen versuchst, irgendwie deine 7.500 Schritte zusammenzukriegen, kannst du dir ja gewisse Tage in der Woche einplanen, wo du mehr gehst. Wo du wirklich bewusst rausgehst, spazieren gehst, weil du hier auch das Tempo besser beeinflussen kannst. Du kannst hier zügig gehen. Da kommst du schon ein bisschen in den Aeromausdauerbereich hinein. Hier hast du natürlich noch mehr gesundheitliche Vorteile. Außerdem kannst du, wenn du dir bewusst Zeit für das Spazierengehen nimmst, dir die Umgebung aussuchen. Und wie du ja jetzt bereits weißt, hast du einige Vorteile. Vor allem dann, wenn du irgendwo in der Natur gehst, auf unebenem Gelände, etwas zügig, mal bergauf, mal bergab. Du baust Stress ab, dein Gehirn programmiert sich hier neu. Du entspannst dich hier. Du trainierst deine Koordination. Und das hast du hier natürlich im Wald etwas mehr, als wenn du da einfach nur schnell einkaufen gehst. Also nochmal, die bessere Alternative zu dem Schütterzählen wäre, dass du dir in der Woche 150 Minuten für das bewusste Gehen, für das Spazierengehen reservierst. Hier am besten etwas zügig. Da kannst du natürlich auch ein Ausdauertraining machen. Und dazu habe ich ein eigenes Video gedreht. Das siehst du übrigens hier, Grundlang-Ausdauer. Aber ansonsten wünsche ich dir alles Gute mit den Tipps heute und bis zum nächsten Mal.